Im heutigen Video werden wir uns einmal mit dem Thema Zertifikate beschäftigen. In der Vergangenheit, gerade durch die Finanzkrise bedingt, haben wir gerade die Anlageklasse Zertifikate ziemlich einen Prügel in den Medien und auch in der öffentlichen Meinung abbekommen. Wir werden uns in diesem Video anschauen, was Zertifikate überhaupt sind, wie sie funktionieren und was die Vor- und Nachteile von ihnen sind. Viel Spaß bei diesem Video. Hi, ich bin Thomas von Finanzfluss und heute schauen wir uns mal das Thema Zertifikate an. Zertifikate haben in der öffentlichen Meinung ja ziemlich gelitten nach den Jahren der Finanzkrise 2008, 2009. Gerade die Zertifikate von Lehman Brothers waren ein großes Thema und haben viele Schlagzeilen gemacht. Nach der Pleite einer der größten Investmentbanken waren auch die Geldanlagen in Zertifikate dieses Bankhauses quasi wertlos. Viele deutsche Kleinanleger haben über verschiedene deutsche Banken, wie zum Beispiel auch über die Sparkassen, in solche Zertifikate investiert, ohne dass sie es wussten. Die finanziellen Verluste waren enorm und deswegen haben auch Zertifikate in ihrem Ruf und in ihrem Ansehen extrem einbüßen müssen. Hier bei Finanzfluss schauen wir uns verschiedenste Finanzprodukte an. Dazu zählen natürlich auch etwas kompliziertere Derivate, die wir dann auseinandernehmen, um sie besser verstehen zu können. Deswegen schauen wir uns heute einmal die Zertifikate an. Sie zählen zu den Derivaten, genauso wie Futures, Optionen, Swaps oder Aktienanleihen. Wenn euch diese ganzen Begriffe noch nicht sagen, dann schaut doch mal gerne unten in die Videobeschreibung. Dort haben wir nochmal alle entsprechenden Videos verlinkt. Gerade unser Video, was sind Derivate, ist eine gute Grundlage, um auch dieses Video über Zertifikate zu verstehen. Denn Zertifikate sind, wie bereits erwähnt, auch derivative Finanzprodukte. Die Zertifikate zählen zu den strukturierten Finanzprodukten und sind Schuldverschreibungen. Sie werden von Banken herausgegeben. Der Investor in Zertifikate gibt sein Geld also einer Bank und erhält hierfür ein Zertifikat. Wie bei Derivaten üblich, ist es auch bei Zertifikaten so, dass es einen sogenannten Basiswert gibt. Ein solcher Basiswert, auf den sich dann die Entwicklung des Zertifikates bezieht, kann zum Beispiel eine Aktie sein, eine Anleihe sein, die Entwicklung einer Zinskurve oder ein gesamter Index. Außerdem ist es auch möglich, Zertifikate auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen zu geben. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns später im Video an. Jetzt, wo wir wissen, dass Zertifikate von Banken herausgegeben werden, also eine Schuldverschreibung sind, und sich auf einen bestimmten Basiswert beziehen, überlegen wir uns einmal, wie denn Zertifikate genau funktionieren. Derzeit gibt es über 1,4 Millionen Zertifikaten am Markt. Hieran kann man zum Beispiel sehr gut sehen, wie vielseitig Zertifikate denn sind. Im Endeffekt lassen sich in diese Zertifikatebedingungen alles reinschreiben, was man sich denn so vorstellen möchte. Man kann zum Beispiel ein Zertifikat auf eine Aktie anlegen und sagen, dass wenn dieser Aktienkurs eine bestimmte Richtung einlegt, dass dann zum Beispiel ein Bonus ausbezahlt wird. Zum Beispiel, wenn die Aktie steigt oder wenn die Aktie einen gewissen Prozentsatz steigt oder wenn die Aktie sich seitwärts bewegt oder sogar wenn die Aktie fällt. Nahezu alle möglichen Gewinn-Szenarien sind möglich und lassen sich per Zertifikate abbilden. Außerdem bieten Zertifikate Privatanleger die Möglichkeit, in Märkte oder Assetklassen zu investieren, die normalerweise für Privatanleger nicht besonders zugänglich sind. Die Vielfalt an Zertifikaten, die es gibt, kann man auch daran schon erkennen, wenn ihr einmal Zertifikate googelt und einmal schaut, welche unterschiedlichen Zertifikaten-Typen es gibt. Da gibt es zum Beispiel die Index-Zertifikate, die Bonus-Zertifikate, die Garantie-Zertifikate, Tracker, Express oder sogar Basket-Zertifikate. Basket-Zertifikate sind zum Beispiel Zertifikate, die einen Korb abbilden, daher auch der Begriff aus dem englischen Basket und somit einen gesamten Korb an Wertpapieren widerspiegeln. Sie unterscheiden sich dahingehend zum Beispiel von Index-Zertifikaten, dass die Index-Zertifikate einen Index abbilden mit einem Basket-Zertifikat, aber jede beliebige Mischung erzeugt werden kann. Der Emittent, also das Bankhaus, das die Schuldverschreibung, also das Zertifikat ausstellt, kann somit einen beliebigen Aktienmix oder einen Mix aus allen möglichen anderen Wertpapieren erstellen. Eine weitere Form von Zertifikaten, die ihr vielleicht schon kennt, sind die sogenannten ETCs, die Exchange Traded Commodities. Wenn ihr euch schon mal mit dem Thema ETFs beschäftigt habt, wisst ihr, dass ETFs sogenannte Indizes, zum Beispiel Aktienindizes, abbilden können. ETCs sind das Äquivalent zu ETFs, nur dass das C für Commodities steht, also für Rohstoffe. Diese Rohstoffe lassen sich nicht so einfach abbilden wie ein ETF, bei dem man einfach alle Aktien kauft, die im Index enthalten sind, sondern Rohstoffe werden über sogenannte Future-Kontrakte abgebildet. Und diese Rohstoff-Futures werden dann in sogenannten ETCs zu Zertifikaten zusammengebündelt, um es somit den Anlegern möglich zu machen, von den Entwicklungen der Rohstoffe zu profitieren. Ein letztes Beispiel zu den Zertifikaten ist zum Beispiel auch alles, was das Thema Social Trading, wie zum Beispiel Wikifolio angeht. Bei Wikifolio gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr in die Anlagestrategie von erfolgreichen Tradern investieren könnt. Diese haben dann eine gewisse Anlagestrategie, wie zum Beispiel spezielle Dividendenstrategien oder gewisse Chart-Techniken. Und wenn diese dann Erfolg haben und genug Leute sich interessieren, bringt das Bankhaus Lang & Schwarz ein sogenanntes Zertifikat auf diese Performance heraus. Das Bankhaus Lang & Schwarz gibt also ein Zertifikat heraus, auf die Performance des Investors, der quasi kopiert werden soll. Möchtet ihr also einen solchen Investor kopieren, könnt ihr einfach das Zertifikat kaufen. Zertifikate können genauso wie Aktien auch über Börsen gehandelt werden. Hierzu gibt es spezielle Derivatebörsen, wie zum Beispiel Eurex, Euwax oder Scooch. Die Bankhäuser, die solche Zertifikate herausgeben, wie zum Beispiel einer der größten Zertifikate-Emittenten der DZ Bank, aber auch Deutsche Bank, Commerzbank und viele ausländische Banken, verpflichten sich gegenüber der Börse, einen liquiden Markt zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, die Zertifikate zu fairen Preisen auch dann zurückzukaufen, wenn es gerade nicht viele Verkäufe auf dem Markt gibt. Aus diesem Grund ist der Zertifikate-Markt relativ liquide. Für wen sind solche Zertifikate jetzt also geeignet? Entworfen wurden sie vor allem für den Privatanlegermarkt, das heißt für den Vertrieb über Bankfilialen und für Kleinanleger, um ihnen die Möglichkeit zu schaffen, auch in Anlageklassen anzulegen, die normalerweise etwas schwieriger zugänglich sind. Trotzdem solltet ihr beim Kauf von Zertifikaten erhöhte Vorsicht walten lassen. Gerade durch diese extreme Vielfalt an Zertifikaten ist es häufig schwierig, in die einzelnen Konditionen vollständig zu verstehen und die Zertifikatebegingungen zu beherrschen. Anders als bei Aktien, wo das Produkt schon relativ standardisiert ist, gibt es bei Zertifikaten eine unendliche Vielfalt und jede Menge Fallstricke, die seitens der Banken, also Emittentenhäuser, eingebaut werden können. Man kann auf der anderen Seite zwar eine sehr, sehr individualisierte Anlagestrategie verfolgen und Produkte höchst individuell heraussuchen, wenn man sich mit dem Thema aber nicht auskennt, sollte man hiervon auf jeden Fall die Finger weglassen. Neben dem Risiko der erhöhten Komplexität gibt es auch immer noch das Emittentenrisiko, nämlich dann, wenn eine Bank pleite geht und ein Zertifikat herausgegeben hat, ist euer Geld theoretisch weg, beziehungsweise es kann jahrelang zu Prozessen kommen, bis ihr einen Teil des Geldes wiedererhaltet. Ich spreche natürlich hier den eingangs erwählten klassischen Fall der Pleite von Lehman Brothers an. Dieses Risiko besteht zwar, man sollte es aber auch nicht überschätzen, trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass es ein solches Risiko gibt und bevor ihr Zertifikate kauft, solltet ihr euch auf jeden Fall über die Bonität der herausgebenden Bank informieren. Schaut da, dass es sich auf jeden Fall um eine große, bekannte Bank handelt, die auch gesunde Eigenkapitalquoten vorweisen kann und gute Kreditratings hat. Ich hoffe, wir konnten euch das Thema Zertifikate etwas verständlich rüberbringen. Lasst euch nicht davon verwehren, dass es zigtausende und Millionen von Produkten gibt, die alle möglichen unterschiedlichen Namen tragen. Wenn ihr weitere Begriffserklärungen sehen wollt, dann schaut euch auch gerne mal unsere Playlist, das Finanzlexikon an. Dort sind wir schon auf viele Produkte eingegangen. Wenn es dort Themen gibt, die wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben, die euch aber besonders interessieren, dann schreibt es uns doch gerne unten in die Kommentare und wir produzieren euch gerne Videos dazu. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch gerne einen Daumen hoch und wenn du uns noch nicht abonniert hast, würden wir uns freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos, Tutorials und Anlagestrategien, in denen wir dir zeigen, wie du deine Finanzen selbst im Griff haben kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.